Oh Leute, der Shop aktualisiert in ganz genau 5 Sekunden, laut Atomuhr müsste sich der Shop ganz genau jetzt aktualisieren. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Like da und ein Abo, falls ihr neu seid, würde mich mega, mega freuen. Und wir haben direkt einen neuen Skin. Kommt jetzt jeden Tag ein neuer Skin, Leute? Okay, krass. Der hat verschiedene Stile und sieht mega verrückt aus. Deswegen werde ich mir das Ganze hier mit dem Supporter-Creator-Code fer-jus gönnen. Bam. Der sieht auf jeden Fall nice aus, Leute. Kann ich mir empfehlen, sieht cool aus. Hat verschiedene Stile, hat auch noch ein witziges Backpack. Ja, nice. Dann haben wir hier noch die passende Hacke dazu, die bunte Brechstange. Die gibt es ja auch schon in der normalen Standard-Variante. Okay, ich glaube, die hat einen etwas anderen Sound. Ja, sieht ganz okay aus. Dann haben wir hier Schädeline wieder zurück, okay. Hat auch verschiedene Stile, einmal hier so in weiß und einmal hier so in black. Blau und ja, die andere Farbe sieht aus wie dunkel-rosa. Ja, kann ich auch nur empfehlen. Hat auch ein verschiedenes, äh, zwei verschiedene Backpacks. Einmal das kleine Herz hier und einmal dieses Totenkopf. Ja, Herz, sage ich jetzt mal. Dann noch die passende Hacke dazu. Hat einen mega heftigen Sound. Und hat auch noch verschiedene Stile. Da ändert sich einfach nur die Farbe. Dann haben wir hier noch Tanztherapie. Ziemlich witziges Emote. Nice. Dann haben wir hier noch Maxi, oder? Ne, Maki-Meisterin. Ziemlich cooler, schlichter Skin. Für 1200 V-Bucks gefällt mir mega. Aber werde ich mir heute nicht holen. Showstopper. Oh, sorry, aber muss sein. Zu geil ist der Mode. Wollte ich schon sehr lange haben. Da würde ich am liebsten mitsingen, Leute. Äh, Chaos, ziemlich cooler Skin. Ja, aber hole ich mir jetzt auch nicht. Sieht ganz okay aus. Dann haben wir hier Wackelaugen. Wo natürlich die Augen wackeln. Hier, seht ihr das. Und zu guter Letzt haben wir noch die neue Waffentarnung. Die eigentlich ganz okay aussieht. Ja, ja. Für 300 V-Bucks kann man sich auf jeden Fall holen. Dann würde ich sagen, das war's mit dem Shop-Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.